herzlich willkommen zurück zu meinen kraft jawohl wir spielen hier weiter und sammeln kohle und diamanten was ich sagen muss ist wenn ich die musik leise stelle ja dann hört ihr fast gar nichts das ist extrem blöd aber so ist es halt so wir machen einfach hier 12 bis drückt mein hier jetzt einfach mal weiter und holen uns das eisen da eisen gut alles gut denn ich habe eventuell vor mir doch mal eine schnellere fortbewegungsmöglichkeit zu entwickeln sprich eine eisenbahn dass ich einfach hier schneller bei meinem strip tunnel bin sehr schön kohle nein keine kohle schade das ist schade so hier so wir brauchen immer noch fünf diamanten ich könnte auch mal hier rein einfach mal durchgraben so hier noch mal einfach mal nur um zu überprüfen ob da wirklich nichts ist ja wir brauchen fünf diamantos damit wir brauchst du den scheiß ab danke damit wir unseren assembly table machen können den wir brauchen für das soll ich mir das ding den brauchen wir unter anderem um unsere ma system zu bauen und um hier versteht er die strukturröhre zu bauen damit ich meine kabel abdecken kann dafür ist er ganz gut und dafür werden wir den verwenden so aber dazu brauchen wir fünf diamanten wir könnten uns gehen wir mal hier ganz kurz durch und guck mal war ich hier schon nie das sind auch keine jemanden ein diamanten oder zwei können wir uns schon machen von der kohle das wäre so der letzte vorschlag sage ich jetzt mal ganz grob also ich werde natürlich die kohle zu diamanten verarbeiten da wäre ich die kohle zu diamanten verarbeiten da wäre ich schön blöd wenn ich das nicht machen würde aber das dauert das dauert sehr lange und dann muss ich mir was überlegen was ich in der zwischenzeit mache so ich nehme natürlich alle mit so 12 12 12 12 guck mal mal haben wir hier was nein erde okay dann geht es hier weiter können wir uns gleich mal eine neue spitzhacke bauen so wir müssten auch gleich wahrscheinlich äh ups was mache ich da wir müssten auch bald ähm wieder zur schlucht dran kommen so spitzhacke kaputt jetzt nee jetzt aber oder jawohl ähm hier nehmen wir wieder das quazit zeugs hier hier quaz denn es ist ja ganz gut es funktioniert ok wir kommen immer näher zur schlucht leute jetzt hier meine fackel hin wir kommen immer näher zur schlucht 5 6 so hier müsst ihr jetzt jawohl ja das sind keine diamanten leider egal das bauen wir ab das bauen wir ab so lassen wir mal hier runter hier 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 und hier oh hier hängt hier hängt jede menge Mist so wir werden hier natürlich jetzt einfach wieder so einen Weg einfach mal bauen oh hopps und hier und jetzt werden wir aber bevor wir hier weitermachen erstmal hier eine fackel platzieren hier und hier werden wir mal ganz kurz hoch schwimmen denn hier können wir die kohle aus der wand raus ruppen aber erstmal will ich das wasser stoppen das stört mich und dann können wir hopps hier mal die höhle ein bisschen ähm ja eher forschen dankeschön so im sinne von wir bauen hier einfach den ganzen Schrott ab was wir hier so haben wie die kohle die ist wertvoll für uns momentan obwohl wir eine unendliche kohlenproduktion quasi haben ähm brauchen wir trotzdem steinkohle ähm für diamantos äh jetzt war ich gerade um überlegen das andere war holzkohle äh ja ja da das lasse ich drin dich nehme ich mit hier hui dat eisen hopps hopps achja blopp 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 und weiter ach so ist bloß eins sehr gespannt für was ich das ähm schwarze erz da benötige dieses wie heißt's hier tungsten 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 erz so gefährliches plaster wo ich mich hier gerade bewege äh die teilen da nehme ich mit einfach aus Gründen ich weiß es nicht warum so hier drüben müsste ich jetzt eigentlich gleich nochmal rauskommen oder wenn ich jetzt hier jawohl so dann sind wir hier und in der Tat keine Diamanten schade ich dachte vielleicht hätten sich da drin ein paar versteckt aber dem ist nicht so dem scheint's auch nicht so sein so deswegen ignorieren wir das hier äh eins zwei hopps graben wir uns hier nochmal kurz rein nope ja und gehen hier würde ich sagen einfach mal hier weiter so und du kommst weg und jetzt eins zwei drei und hier rein äh ja dich nehme ich nicht mit hier werden wir gleich wieder rausploppen oder nein interessant fackel eins zwei eins zwei ja Leute ach Gott strip mine das kennen wir ja ah den sollte ich mir eigentlich holen ah ja Eisen da guck an danke ähm ich bin sehr gespannt wie dieses ME System funktioniert und ob ich da eventuell ähm ja quasi wenn ich ein ME System habe dass ich da mehrere dran ankoppeln kann also ich weiß es gibt sehr viele Upgrades für dieses ME System zum Beispiel auch diesen Wireless Access Point habe ich schon gesehen ähm ähm der benötigt wird um halt aus einer gewissen Entfernung zugreifen zu können ähm der wird bei uns aber erst später kommen also ich will jetzt erstmal das normale ähm System haben sprich dass ich das lagern kann dazu brauche ich eine schwarze Kiste also ein schwarzes Loch als Truhe ähm und das muss ich sehr stark anscheinend beschützen was ich gelesen habe denn es ist sehr instabil oh mein Gott ich war mir jetzt gerade nicht sicher ich war mir gerade echt unsicher was das hier ist ich glaube es müssten 5 sein oder Moment ich grab hier nochmal kurz rein bevor ich nachgucke 6 Stück alles klar Leute wir haben es wir haben es yay stirb so jetzt müssen wir nur noch den Weg rausfinden und deswegen wäre ganz gut ähm hier waren wir hier haben wir da gestartet hier ist das Portal so dann sind wir hier müssen nochmal weiterlaufen Moment irgendwann müssen wir jetzt hier abbiegen was hier ich glaube hier müssen wir jetzt abbiegen ich glaube das war falsch jep das war falsch ähm gehen wir mal hier den Gang weiter hier ist meine Kiste also eine Workbench hä achso ne das ist einfach nur geradeaus laufen das ist ja interessant und ok oh hallo na komm danke so knallen wir einfach die ganzen Fackeln hier weg denn das geht hier mit Leiter wesentlich schneller da hoch zu kommen und ich hoffe mal die Leitern reichen wir aber ich glaube das kann ganz schön knapp werden Tatsache es ist ganz schön knapp aber das reicht denn hier komme ich schon so hoch ok wir sind wieder da aus unserem tiefen Schacht dann können wir mal zurück zu unserer Fabrik gehen Fabrik die Fabrik und werfen erstmal na komm sprintest du danke wir werfen erstmal alles in den Öfen ja in den Öfen also ich finde mit dem Fenster sieht das Ding hier schon wesentlich annehmbarer aus als hopps vorher oh 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 wenn hier Kohle irgendwo raus ploppt oh holy macaroni ähm ja oben es ist halt so das Hauptproblem gerade es wird nicht viel Kohle verschwendet also wir haben hier halt echt nicht viel verbrauch an Kohle und das ist nicht so gut das ist not so good so wir packen erstmal kurz hier die 5 die 6 Diaz hier rein das packen wir mit hier rein das und das so hier Eisen 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 Ferus Silber Tin Gold Tanksten ok Lead so da werden jetzt mal Barren gemacht den Rest haue ich jetzt hier einfach mal kurz in die Kiste mach da guck an der hat jetzt auch schon ein bisschen was dich haue ich mal hier rein so das haben wir mal alles hier in die Kiste das 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 haben wir eh ganz viel Lapis drin ok ok die Kiste ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so voll hopps machst du mal auf danke schön dafür bist du bist auch ziemlich leer das ist schlecht ähm hier so was mach ich da Holzkohle danke ähm ja du läufst hier packen wir mal die restliche Kohle rein so viel sind es gar nicht so Leute Assembly Table was brauchen wir dafür Diamantzahnrad kriegen wir hin das kriegen wir noch hin dazu brauchen wir ein Holzzahnrad dann einmal Stein einmal ups mein Gott Eisen und die Diamanten Gold ok Goldzahnräder alles klar äh und jetzt ein Diamantzahnrad jawohl so Diamantzahnrad Gold Eisen kann hier rein einen Diamanten brauchen wir dann kannst du auch hier rein wir brauchen einmal Redstone und sechsmal Obsidian und Leute ich sage euch eins jetzt ist doch vier, fünf, sechs sechs wenn wir das Mistding irgendwie kaputt geht ja das baue ich jetzt hier mit rein werde ich richtig sauer Assembly Table wo knallen wir den hin will ich den hier hinsetzen oder will ich den ein Stockwerk weiter oben setzen das ist halt jetzt die Frage braucht ihr Strom wenn ja ja das ist jetzt auch so eine Sache wo ich was reinbaue ach ich setze ihn hier unten hin oder ach Gott ich weiß es nicht oben wäre es besser es wäre eigentlich besser den dahin zu setzen wo ich dann alles habe kann ich hier noch anbauen eigentlich ich könnte hier noch anbauen nach hinten weg dann knallen wir hier hin hier Montagebank ich hoffe ich muss da nichts anstecken auf jeden Fall beenden wir hier mal die Folge und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal Tschüldü